Servus, grüßt euch, bei uns da wieder mal in Schwarzingen auf der Tony Edition. Wie es sich sieht, schieft es noch und ich bin noch dabei beim Strauch fahren. Ja, schauen wir, dass wir noch reiten können, wo wir noch reiten. Ich hoffe, es sind gut aus den Federn gekommen heute. Ich bin fast, Luis, bei mir, Joach. Rimm mal noch. Ja, schaut mal fast an den vierten Ladewagen vorbei, sind dann eh 160.000 Strock gewesen, was wir noch geschafft haben. Ich würde jetzt sagen, da haben wir das Nötigste gerettet. Und dann pressiert er schon nicht mehr. Na ja, das ist einfach im süßen Smart so, dass da überraschend drängert wird. Das ist einfach im süßen Smart so, dass da überraschend drängert wird. Und dann können wir das Nötigste gerettet. Und dann können wir das Nötigste gerettet. Und dann können wir das Nötigste gerettet. Jetzt kommen wir aus. Aber damit sie die Topfer zusammen both bemerksam ist, ja? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann fahren wir noch den Zuggerühm gleich nach Hause. Das wird jetzt der Leerkampf. Dann fahren wir wieder Schwung rein. Das wird jetzt der Leerkampf. 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 Jetzt, glaube ich, pisst jetzt ewig. Beziehungsweise können wir ewig nicht ernten, weil es wieder drucker wird. Dann rennen sie uns nochmal. Ja, das wird alles sehr schwierig jetzt. Aber recht viel weiter wie momentan sind wir nicht gekommen mit der Zeit letztes Mal. Bevor es uns selber abkackt ist. Jetzt dissen wir es auch nicht. Das wird alles wieder gehen. Jetzt warte ich die Ladung gleich, die Wohnung geschieht. Die Ladung gleich, die Wohnung geschieht. Die Ladung gleich, die Wohnung geschieht. Oops. Die Ladung gleich, die Wohnung geschieht. 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 Dann. Wow, ich fühle mich. Und ich kenne den Düngern. Ich war mal zum Bokkan. Jetzt kommen wir zum Großteil gleich wieder Düngerstufen zu machen. Da haben wir dann die Fölle weg zusammenlegen und schauen, was wir abbauen. Ich tue alle Fölle jetzt einmal, möchte ich eigentlich durchackern, damit die dann obereinheitlich tragen. Jetzt mal schauen, ob das auch einhaut, wie man sich vorstellt. Aber Hauptsache, die werden einmal sauber jetzt da. Weil das hat mir jetzt genervt, dass das nicht gegangen ist. Drei, acht sind. Drei, vier in der Früh. War nicht mehr so fit. Komm mit Vorkheimer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Manu gleich. Es regnet und regnet und regnet. Das heißt, bis zu der Ernte nie geregnet hat. Hier. Der Rieb ist ein. Der Rieb ist ein. Er hilft seine Baum in meine Lust, die kleineren. Normalerweise sollen wir ihn eh hoch rein. Wir sollen ihn holen. Maler fix der. Hier. 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 In diesem Sinne, ciao, let's go.